So, bitte kein Beermus. Au, das war gemein. Der ist in mir gespawnt. So, es war ein bisschen toller. Also, ich find das schön, dass die Artigien vielleicht nicht schnell wieder aufladen. Oh, da hab ich nicht endlich. Aber es braucht auch nicht viel an daher. Oh, das dauert so lange. Also, ihre Sprüche find ich ein bisschen lächerlich, wenn ich ehrlich bin. Aber naja, ich will ja nicht so sein. Noch ein Frostschlag gehalten. Das heißt, wir können jetzt schon einen stärkeren Froschschlag machen. Ja, genau. Frostschlag machen. Oh, komm her. Puppels. Und tschüss. Oder? Nein, ich will durch. Komm, mit A, auf. Ich will das einziehen. Bis es explodiert. Regenbogengelee können wir bestimmt auch für irgendwas gebrauchen. Das ist... Okay, da war ein Chaosherd. Ich bin mir mal nicht sicher, ob ich den machen sollte. Ich denke nicht. So, fangen wir mal hiermit an. Und machen damit weiter. Also, ich muss sagen, es ist immer noch nicht ganz mein Spiel. Also, ich sehe, ich gebe auch zu, ich sehe, dass die Entwickler sich wirklich Mühe gegeben haben mit dem, was sie erschaffen wollten. Aber das ist für mich kein Final Fantasy 13 mehr. Ja. Es ist immer noch Lightning. Klar. Aber... Hm. So. Wo war jetzt die Siedlung? Okay. Hier so quer runter. Ist quer runter die Richtung oder die andere? Die andere. Ich habe es dir fast gedacht. Fifty-fifty Chance! Und wir nehmen die falsche. Ähm. Ganz schön. So. Dann wollen wir mal. Ach, hier ist sie schon. Jetzt kann sie nicht mehr rennen. Und jetzt kann sie es wieder. Hi! So. Da müssen wir irgendwo hin. Bei mir. Bei mir. Das ist es doch gar nicht so gut. Ich habe es gesagt. Im Überraschung. Die Begegnung. Ist es doch bei ihnen. Du kannst zumal. Das ist ja gar nicht so gut. Das ist das. Das ist ja gar nicht so gut. Ich gehöre an. Das ist das nicht damit. All right, all right. Good, good, that's it. Not only because of the legend, I felt a connection, as if we'd fought together. There. There, that's it. But why? It made no sense. All right, all right. Hang on. It's all over. You can come see for yourself. I want to go with him. I want to go with him. We can't make him eat. Is he that weak? It's not a question of being weak. He's too proud. That's the problem. We've tried everything to coax him, but he simply won't accept any food from humans. And the fool beast just glares at us. That pride will kill him. Such a stubborn bird can be none other than the angel of Valhalla. The only human the angel will bow to is the one he recognizes as master. Perhaps he will obey you. Try it. Offer him this. Okay. Light. It might be the Chocobo's only hope. Try giving him that vegetable. Is this all right? Well, it looks like he recognizes you as his master. As long as we keep providing him with feed, he should recover. I say we, but of course I mean you. He will not accept help from anyone else. He has to be your responsibility and yours alone. If I do it, will he recover? I would bet my reputation on it. This is the bird of legend. You're destined to ride him to the fountainhead of the chaos. But before you can do that, the bird needs to be fed. So you said. Any hints? What kind of food should I give him? I prescribe a balanced diet of gizal greens, quality sheep's milk and nutritional supplements. Ask the villagers if they have any greens or milk to spare. Okay. Okay. Der Engel Bahalas ist der weiße Chocobo, den du verletzt in den Wildlanden gefunden hast. Gib dem Tegiserkraut und Heilmittel, um ihm bei der Genesung zu helfen. Wenn der Chocobo kräftig genug ist, kannst du ihn ausreiten. Je gesünder er ist, desto weiter und je höher kann er springen. Auf seinem Rücken kommst du so an Orte, die sonst nicht erreichbar für dich wären. Es gibt viele Dinge, mit denen du den Chocobo aufpippeln kannst. Jetzt finde sie und heile den Chocobo damit. Okay. Ja, das habe ich nachgelesen. Beim rastenden Herbergen kannst du deine TP vollständig heilen. Du kannst selbst festlegen, wie lange du dich ausruhen willst. Da du jeden Morgen die Archie zurückrufen willst, kannst du jedoch maximal 6 Uhr in der Herberge verweilen. Beachte ferner beim Festlegen deine Ruhestunden, dass sie kostbare Zeit auf Nova Crystallian weiterhin verstreicht. Ähm, ich will nicht. Ähm, ich will nicht. Ähm... Also, was sollst du jetzt machen? Ja, ich will nicht. Du kannst mich mit einem Feather schlafen. Wer hätte gedacht, dass ein strangerer einen auf dem Doktor und die Schöpfung der Schöpfung der Schöpfung erstellen? Die Schöpfung der Schöpfung der Schöpfung? Die Schöpfung der Schöpfung? Du hast einen Problem damit? Nein, nicht falsch. Es ist einfach, dass... der Schöpfung der Schöpfung hat nichts zu tun, aber das Schöpfung der Schöpfung über einen Jahr lang. 100 Jahre lang. Und ich kam mit ihm und den Schöpfung der Schöpfung der Schöpfung. Ich habe ihn aussehen, dass er sehr kompetent ist. Ja, aber guck, der Schöpfung ist hier. Das ist die wichtigste Sache. Und es ist immer wieder, dank dir zu dir. Jeder in dieser Schöpfung will sehen, dass der Schöpfung besser werden. Nicht nur der Schöpfung. Ich bin in der Schöpfung der Schöpfung. Also, wenn du eine Hilfe hast, Ich soll mit irgendeinem Jagdführer reden, aber ich weiß nicht, wer der ist. Ähm... Er hat Hunger. Würzeln wir denn mal? Ich bin in der Schöpfung. Hm. Okay. Äh... Die hier auf dem Feld. Die gibt mir auch was. Das ist aber nett. Ähm... Assistent Nummer 7. Die haben ja tollen Namen. Oh, Jagdführer. Den... ... suche ich. Und mit den�er Sch Chevron. Die sind aber noch nicht in der Schöpfung. Die sagen mir, dass der schwarze Schokobo aus dem Bedauern ist. Ja. Er ist jetzt sicher. Dank dir. Die hat deinen Doktor sofort auf Zeit gebracht. Ungleich für uns beide. Ich bin froh, dass wir das schönste Tiere havem. Jetzt hier. Ich gebe dir dastoaczychen. Jetzt haben wir alles, dann geht's dem Chocobo gut. So, flüttern. Wir können ihm einen Namen geben. Wie wollen wir ihn denn nennen? Oh, jetzt muss ich meinen Namen ausdenken. Jetzt wird's toll. Wie können wir ihn denn nennen? Einen tollen Namen. Maximal 10 Zeichen. Chocobo. Angel of Valhalla klingt ziemlich weiblich. Also möchte ich einen weiblichen Namen. Das heißt, meine ganzen Haustiernamen in Vendictus fallen weg. Die sind übrigens Pusche, Murmel und Bommel. Ich glaub, das klingt alles nicht sehr männlich. Aber ich weiß, wie wir ihn nennen werden. Ich weiß, viele werden mich jetzt hassen. Aber ich vermiss Chantale. Und deshalb heißt er Chantale. Chantale ansprechen. Chantal kann bald aufstehen. Wir haben jetzt schon wieder aufstehen. Ihr habt eine Chance zu sprechen mit allen hier bei Kanopas Farms? Die Leute hier verstehen die wichtigste Hilfe von uns zu helfen. Das ist die einzige Weg, um zu überleben. Sobald der Chocobo immer zu essen, wird er schneller oder später zurückkehren. Der Problem ist, dass er nur ein Essen von deinem Hand bekommt. Er braucht noch mehr Behandlung. Und er wird nicht mehr von mir akzeptieren. So sieht es, dass ich alles für ihn habe. Ach du Thirteen, irgendwie. Chantalle kann bald aufstehen. Ich hab Spaß! Chantalle ist ein toller Name. Ähm, da fällt mir ein, wie viel Kohle haben wir? Wir haben genug Kohle, das ist gut. Gut, wir wollen nämlich zum Ausstatter. Und wir kaufen... Ähm... Genau die... Ach du Kacke! Eis-Nymphe. Klingt auch sehr hübsch. Waldläufer. Auch sehr hübsch. Angriffs-Zauber 10%, Angriffs-Zauber plus 80%. Ich würde mal sagen, dann kaufen wir das mal. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen den beiden? Ach so. Feuer-Finale, Eis-Finale, Blitz-Finale und Luft-Finale. Hm. Ich überlege gerade, ob ich das auch noch kaufen soll. Nein, ich glaube nicht. Und im Lösungsbuch steht, dass wir die Kampfgarnituren tauschen sollten. Also... Die gegen... Falsch. Die gegen... Die hier. Kann die eigentlich irgendwas? Nö. Die können eigentlich gar nichts. Aber... Hoffentlich können wir farblich irgendwas retten. Alles in schwarz? Nein, wir können farblich nichts retten. Alles in grün. Hilfe. Oder in gelb. Orange-Rot. Türkis-Rosa. Kaki. Ich nehme alles in weiß. Hm. Sieht gut aus. Dann gucke ich mal ganz kurz. Habe ich noch andere Zauber? Nee. Ich habe hier noch ein Blocken. Dann nehme ich das mal, statt dem Sanftblocken. Hm. Schade eigentlich, dass wir mit den Lightning-Rüstungen nichts anfangen können. Also wirklich schade. Ja. Du kannst mir Dinge anbieten. Heiltränke. So. Wunderhello prächtig. So. Und... Ähm... Dem seine Mission sollen wir nicht annehmen, sondern die von dem Mädchen hier. Und wir haben noch ein paar Zauber. Und wir haben noch mehr. So. Es ist kein Problem warten für die nächste Zauber. Right? Eigentlich. Gezallgreens ripen immer so schnell. Sie springen aus dem Boden, direkt vor deinen Augen. Wenn du ein Fertilizer hast. So. So. Gezallgreens. So. 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 Was ist das denn da für einer? Das sieht sehr creepy aus Ähm... Ja, klar, nehmen wir das an